Hey, es bin Hübschmann, Mitbegründer von Gitarren Masterplan. Willkommen in diese Lektion. Wenn du E-Gitarrenanfänger bist, dann ist das hier eine Lektion für dich und gerade wenn du dir die Frage stellst, hey, was soll ich für ein Plektrum verwenden? Es gibt nämlich zigtausende von verschiedenen Plektren. Wenn du einfach mal auf die gängigen Musik-Karienhändler gehst, dann wirst du sehen, da gibt es einiges in Auswahl, spitze Form, runde Form, dicker, dünner, hast nicht gesehen. Was soll man da im Endeffekt nehmen? Da bekommen wir hin und wieder immer mal die Frage gestellt von E-Gitarrenanfängern. Im Endeffekt ist das ein Thema wie auch das andere, was wir so sehen. Mach es dir da simpel, mach es nicht komplizierter als es ist, weil im Endeffekt teste einfach ein paar Plektren aus und dann wirst du schon feststellen, welches Spektrum für dich am besten in der Hand liegt und auch rein vom Spiel her für dich am besten, ja, vom Gefühl her am besten ist und auch vom Sound, weil das Spektrum macht natürlich auch einen Soundunterschied, okay. Aber wir wollen trotzdem natürlich hier noch ein bisschen ein paar Tipps geben, wie du denn dieses Spektrum findest oder mit welchem Spektrum du anfangen solltest, okay. Deswegen habe ich hier mal ein paar Plektren, eins habe ich vergessen, das hole ich mal kurz. So, da bin ich wieder und zwar ich habe mit diesen Plektren, das ist übrigens noch ein altes, angefangen von Dunlop, ja, ein Millimeter und das ist eigentlich so mit, ich sag mal, das gängigste, ja, dass man erstmal mit einem Millimeter anfängt. Auch das ist eine relativ normale Form, ist jetzt etwas größer vielleicht, aber noch relativ mittig. Mit dem kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen, beziehungsweise kannst du damit anfangen, um erst mal zu schauen, okay, wie liegt das Ganze überhaupt in der Hand und das ist jetzt nichts total ungewöhnliches oder total, ja, zu klein oder mit Grip oder hast du nicht gesehen, okay. Also das ist auf jeden Fall erstmal unsere Empfehlung, einfach so ein mittelgrößeres und normal großes 1 Millimeter Plektrum zu probieren, okay. So, dann gibt es natürlich auch noch Plektren, die dünner sind. Das hier ist zum Beispiel 0,71 von Fender und du siehst auch, ich habe hier noch die Tüte, du siehst auch, das lässt sich wesentlich leichter biegen, ja, bei dem 1 Millimeter, das kann man kaum biegen, okay. Und das wirkt sich natürlich auf den Sound aus, wenn du dieses Plektrum hier nimmst und du schrumpelst damit einfach mal über die Saiten, dann klingt das gerade bei Akkorden einfach etwas, ja, ich sag mal, weicher, etwas sanfter und gerade solche dünnen Plektren eignen sich eher mehr dafür für Akkorde, ja, für so ein bisschen Akkord-Shrumming, weniger für harte Riffs und für schnellere Passagen und Solospiel, weil einfach du durch diese, dadurch, dass das Plektrum so dünn ist, da einfach du immer so eine, ja, das ist quasi so biegsam und wenn du auf die Seite haust und richtig stark rein haust, dann biegt sich das Plektrum erstmal und dadurch hast du einfach nicht so dieses Attack und dieses Teigt-Spielen und dieses Gefühl, wie du es zum Beispiel mit einem 1 Millimeter Plektrum hast, okay. Also diese sind eher mehr so fürs Shrumming, also für einfach Akkord-Spielen gedacht und, ähm, genau, also dafür würde ich jetzt eher so diese dünneren empfehlen, aber ist für mich persönlich kein Allrounder, sondern wie gesagt, nur mal, wenn er vielleicht so ein paar kleine Akkorde aufnimmt, so. Dann gibt es hier noch etwas außergefühlig, ähm, außergefühlig, außergewöhnliche Formen und zwar hier auch von Donut, auch 1 Millimeter und zwar diese Sharp-Dinger, weiß gar nicht mehr, ob es die noch gibt, habe ich mir vor einigen Jahren gekauft. Weil ich mir dachte, hey, irgend so ein Shredder hat das damals gespielt und wenn es so spitz ist, ja, mit einer ganz kleinen Spitze, ist quasi die Fläche auf der Seite ja auch ganz klein, das heißt, man kann schneller spielen, aber ist nicht unbedingt so, ja, ähm, habe ich im Endeffekt auch nicht so wirklich als gut empfunden, aber ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert, sich einfach mal so eins zuzulegen, was etwas spitze ist, ja, da hat auch Chris, der verwendet zum Beispiel diese, auch von Donut, diese Jazz, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen, sind auf jeden Fall schwarz, die sind etwas kleiner als diese hier, aber haben auch eine relativ, ja, oder etwas spitzer, ist so ein Mittelding zwischen dem und zwischen dem, ähm, das würde ich dir auf jeden Fall auch ausempfehlen, äh, ausempfehlen, auf jeden Fall auch empfehlen, verschiedene Stärken zu testen, 1 Millimeter bis ungefähr 1,5 Millimeter und dann verschiedene Größen, das heißt, eher so eine mittlere Größe, eine kleinere Größe und vielleicht auch welche, die so spitz sind, es gibt ja auch welche, wo dann nochmal so ein Crip mit dabei ist, hatte ich auch mal, aber ganz ehrlich, finde ich persönlich jetzt nicht so geil, aber kannst du auf jeden Fall auch mal ausprobieren, würde ich dir auch empfehlen, mal solche mit Crip auszuprobieren, damit du einfach so von den gängigsten Fleck drin, die verschiedene Eigenschaften haben, mit Crip, ohne Crip, spitz, eher rund, dick, eher dünn oder eben breit und eher schmal, wie zum Beispiel dieses hier, ja, das ist etwas leicht schmaler als das Weiße auch von Donut, das ist hier 1,5, äh, sieht man das, 1,5 Millimeter und das ist übrigens seit einigen Jahren, seit vielen Jahren, mein, ja, Standard-Plektrum, was ich immer verwende, ähm, ich dachte mir, ja, es ist geil, nee, Quatsch, ich habe irgendwie Mipsting gesehen, er verwendet die nämlich auch und dachte ich mir, hey, irgendwie die verwendet, dann muss ich das natürlich auch verwenden, okay, das ist eigentlich die wahre Story dahinter, okay, aber keiner gehört, äh, nein, auf jeden Fall, ja, dabei bin ich auch geblieben, die finde ich richtig geil, ich wollte aber übrigens auch mal die nutzen, die, äh, Chris-Notes, diese Chestinger, ich glaube, die nutzt auch John Petrushi, ähm, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, mal so 1,5 Millimeter zu testen, weil es ist auch gerade gut, um einfach mehr Kraft zu entwickeln, weil du hast natürlich hier wesentlich mehr Widerstand und einfach auch einen härteren Schlag, dadurch hast du natürlich auch mehr, sag mal, Kraft oder werden mehr Muskeln beansprucht, was natürlich dabei hilft, das Ganze auch, oder deine Muskulatur, deine Kraft aufzubauen, sodass du einfach auch entspannter spielen kannst, okay, du kannst natürlich auch nachschauen, okay, dein Lieblingsgitarrist, deine favorisierten Gitarristen, was verwenden die und einfach davon mal ein paar bestellen, ja, Plektron sind sehr günstig, leider ist es immer so, dass du dann teilweise so ein 10er oder 15er Pack, ja, dann zu Hause liegen hast und dann brauchst du den nicht, ähm, deswegen schau vielleicht mal, ob es nicht so eine Tüte gibt, manchmal gibt es auch so eine Tüte mit 10 verschiedenen Plektronen, da kann man das erstmal ausprobieren und damit kommst du auch schon mal weiter, aber das sind erstmal so die Tipps, ähm, was ich so empfehle, für den Anfang, 1 Millimeter mittlere Größe, dann kann man nochmal probieren, 1,5 Millimeter, etwas spitzere, etwas breitere Plektronen und, ja, das sind eigentlich erstmal so die Empfehlungen, aber im Endeffekt halte, ist da simpel, okay, da muss man jetzt keine Raketenwissenschaft draus machen. Gut, dann hoffe ich, konntest du dir einiges von der Lektion entnehmen, wenn du noch Fragen dazu hast, zu diesem Thema oder allgemein zum Thema E-Gitarre-Lernen, schreib es uns unten in die Videokommentare, gib dem Video auch einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und abonniere unseren Kanal, teile das Video mit anderen Leuten, sodass wir einfach noch mehr Gitarristen erreichen können und ihnen helfen können bei ihren musikalischen Zielen und dann wünsche ich dir noch mega viel Spaß und Erfolg weiterhin beim E-Gitarre-Lernen, bis zur nächsten Lektion, rock on! E-Gitarre-Lernen